Hallo! Ich wollte eine kurze Ankündigung machen. Und zwar bin ich am Samstag auf der Gamescom. Wer es mitbekommen hat, ich habe an dem HUSA-Contest teilgenommen, wo vier Leute gesucht wurden für den Chor von Poki. Und überraschenderweise bin ich dabei. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich freue mich natürlich wahnsinnig. Ich freue mich auf die Leute, die ich treffen kann. Und auf den Auftritt selber. Obwohl ich auch Angst habe irgendwie. Aber ja, ich freue mich. Ja, und wer Lust hat, mich zu treffen, ich weiß bisher nur, dass ich um 14.40 Uhr an der Bühne sein muss. Sobald ich genaueres weiß, werde ich das nochmal hier verlinken, in die Beschreibung, ins Video, wie auch immer. Werd euch sagen, wo ihr dahin müsst. Und wenn ihr überhaupt wollt, auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, mich zu treffen, könnt ihr ja dahin kommen zur Bühne und danach quatschen, wie auch immer, was ihr möchtet. Und ja, ich freue mich auf euch. Ciao! Und zwar wollte ich eine kurze Ankündigung machen. Ich bin am Samstag auf der Gamescom und... Und... Ja, ich habe ja an dem Contest von Poki teilgenommen, an dem Husser... Pocki? Pocki? Habe ich Pocki gesagt oder Pocki? Oh Mann, ich weiß das. Pondi! Da bist du! Oh sie ist. Wollen wir weiter? Komm! Komm! Wir gehen da lang. Hunde, Hunde! Warum filme ich überhaupt noch? Weil es auch kein Mensch. Egal. Ich filme weiter. Wir wollen ja festhalten, wie ich stürze. Okay. Okay. Vorsichtig. Hunde, Hunde, du rennst mich jetzt um. Oh! Schafft! Schlucht überwunden.